Ich habe von heute aus zwei Kandidaten dabei, die aus fünf vorgeschlagenen gewählt werden können per Online-Botip oder noch auf Schutzpflicht mit Abgabe eines Coupons. Und wir freuen uns ganz herzlich, dass in der Kategorie Nachwuchssportler Philipp Jung benachbunden ist. Wir wollen natürlich, dass er dort bei der Komponierung so weit wie möglich kommt. Und im Senioren-Erwachsenbereich haben wir hier den Kapitän der ersten Wolkenmannschaft, Philipp Dauernick, der auch dominiert worden ist. Und auch da würden wir uns bereuen und werden stolz kommen, wenn er in dieser Kategorie so weit wie möglich kommen könnte. Und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Wir haben hier in der Halle einen Laptop stationiert. Der ist bei, weiß ich jetzt nicht genau, bei Erdeka. Oder zwei Laptop, das andere bei Laptop war dann Erdeka. Also wenn man noch gewählt hat und das in diesem Rutsch mit erledigen würde, wir haben hier die Möglichkeit, das direkt am Laptop zu machen. Wir haben die Seite aufgehoben. Wir gucken auch weg, wenn ihr die Kreuze eventuell schon anders machen wollt. Also im Prinzip kann jeder wählen, der wählen kann. Und das ist jetzt keine Begrenzung. Man muss jetzt nicht außer ganz von Wändlern kommen, sondern wir nehmen jede Stimme mit, die wir kriegen können. Also nicht vergessen, wer bis nachher auch nicht gewählt hat, die hat die Möglichkeit jetzt zu tun. Und wir haben uns natürlich mit dem Hintergepackten, dass wir jetzt hier auf jeden Fall wählen. Dann müssen wir auch noch die Mannschaft des Jahres wählen. Das können dann mit Fußballerselbstoffen, wo wir jetzt sind. Oder auch die Sportler des Jahres. Also, gebt euch mühe, nutzt die Chance und jetzt wird es losgehen. Klavier Pre Achter. so, das ist ein Einzelnen messer. So, 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 so. Musik Okay, liebe Freunde, wir starten so, wie wir es die Regeln wollen. 5 Minuten vor dem offiziellen Spielbeginn ist die Begründung angesetzt. Und damit werdet ihr hier auch begehen. Hier, in der schönen Hauptrichtung, heute Abendessen. Sonntag am Mittag findet ein weiteres Bundesliga-Volteo-Spiel zwischen USC Braunschweig und dem FC Dortmund statt. Und geleitet, gelenkt und zu einem guten Ende geführt wird es wirklich bei den Schiedsrichtern, die hier sind. Ich begrüße ganz herzlich den ersten Schiedsrichter. Tor und Freund aus Roderstedt. Assoziiert von Gerhard Görlitz aus Kampagetti. Die Mannschaft von Lucie Braunschweig, die ich jetzt hier herzlich begrüßen werde, hat sich eingestimmt. Und, finde ich ganz witzig, hat eine neue Kopfbedingung gewählt. Hervorragend zur Schutzkommission gegen die Angehörte der Schönerer. Das ist gut gemacht. Mit der Nummer 2, Johannes Gottschalk. Die Nummer 5, Windelektro. Ganz herzlich, Markus Torsten, die Angehörer Auseinanderschaft. Mit der Nummer 1, Philipp Bauter. Die Nummer 1, Jonas Ruhl. Die Nummer 10, Stefan Schwieg. Die Nummer 11, Margot Goff. Die Nummer 12, Angehörer Mowitz. Die Nummer 11, Börger Radler. Die Nummer 14, Alexander Abramor. Die Nummer 15, Stechen P. Die Nummer 18, Sebastian Böttcher. Auf der Hand, Marco Weber. Die Nummer 15, Stechen P. 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 Bitte noch hier, Radek, bitte noch Korski. Bitte noch, der Kaminke, bitte noch mal. Bitte noch mal, Sehne-Ros. Bitte noch noch mal, Jagen-Mär. Mit der Nummer 10, Bede Poligas. Mit der Nummer 11, Sven Kau. Mit der Nummer 13, Bert Knieger. Mit der Nummer 13, Ramian Domeke. Aufgewandt, Trainer Stefan Jäger. Und die Physiotherapeute, Sandsen Ebel. Das möchte ich nochmals testen werden. Es kann ein Tipp werden, es gibt zwei Geschenke. Nein, es ist falsch, zwei Gewinne. Nicht zwei Geschenke. Tippschade gibt es zwei. Und die Musik wird von Camm Jochen und Sascha kam. timedinnen Bookschade Kommando, Der Mann, der Mann, der Mann, der Mann! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Ja, gut, ich freue mich sehr, dass wir so gut hingekriegt haben mit meiner Musik und wollen jetzt mal eben wissen, was die Trainern dazu sagen nach dem Spiel. Ihr habt es gesehen, das Trainersmeinung ist teilweise dann doch manchmal etwas anderes. Und dann haben wir nachher noch das Gewinnspiel und dann werden wir sehen, dass der, wo der Vortverstand bewiesen hat und 3-0 gesündet hat. Gut, ja, 20 Sekunden gibt es, dass wir hier wieder aufhören, oder? Ja, ich weiß nicht, dass wir hier wieder aufhören können. Das war nicht so, dass wir hier wieder aufhören müssen. Und deswegen hat es schon so ganz, äh, schon nicht gewonnen, dass wir hier wieder aufhören müssen. Wir diskutieren, das war scheiße. Gut, klare Aussage. Stell mal an. Und zum Glück nicht. Ähm, ich würde mal wieder Zeit nach dem Spiel in Folge, um im Prinzip, äh, drei Punkte zu holen. Auch für uns wichtig, natürlich in der Deutlichkeit. Ähm, weil wir es ja auch ganz gut schaffen, uns da anzupassen. Aber heute sind wir wieder nicht gesprungen. Und, äh, langsam hat es sehr, sehr gut gemacht. Ich bin froh, dass die Spieler soweit wieder fit sind, komfort sind. Und, äh, ich denke, da kann es jetzt auch gut wieder weg aufgehen. Ich bin weitestgehend mit der Leistung und zufrieden. Ich bin froh. Tja. Gut. Wir haben auch. Wie geht es jetzt, äh, bei Braunschweig weiter? Ja, wir werden die nächste Woche gehen wie gut in Deutschland. Ich muss mal schauen zu Hause und dann halt mal vier Wochen auf. Vier Wochen? Ja, 19. Jahrhundert, äh, spielen. Okay. Vielleicht für euch auch eine gute Pause, oder? Ja, wir haben jetzt für die letzte Woche gespielt. Und, äh, das war heute in Schweißspielung. Das ist so, okay. Wir haben jetzt vorhin aufgehoben. Wir waren vor, dass wir auch gespielt haben. Und, äh, das wollte wir mal, dass wir eigentlich waren. Und, äh, das passiert. Und die Möglichkeit noch weiter war, dass wir kurz entdeckt haben. Und dann denken wir, wir werden wir dann im nächsten Jahr aufpassen. Okay. Dankeschön. So, Stefan. Dann geht's jetzt für uns weiter. Ja, jetzt die nächsten kleinen Versuren, die noch da sind, auswärtsen, so dass wir zur Normalfront, äh, dann wieder ausschließen können. Ich denke, nächste Woche in Essen haben wir gute Karten auch noch mal runterzuholen. Danach geht's dann auch in eine etwas kürzere Pause. Wir starten in Bitterfeld. Aber ich denke, dass wenn wir das mit Ihnen heute gut gemacht haben, dann werden die nächsten Spieler auch wieder erfolgreich, oder erfolgreiter als die letzten. Und, äh, wir werden hier dann immer ganz gut ins neue Jahr gehen. Und wir werden nächste Woche auf jeden Fall in Essen aufbunden. Und, äh, ja, mit der Leistung heute, mit ein paar Prozent mehr, also wird uns das auch ganz gut gelingen. Wie gesagt, und hoffentlich eben auch mit der Genießung der anderen Spieler, der bei noch nicht einer hundertprozentig fit sind. Wir wissen dann an euch, haben die Roller und Geschlechter, und Bietze hat noch Preise für's Titsdeal, die heute von Sunlight gesponsert wurden. Und jetzt mal gucken, wer gut getippt hat. Okay, bitte. Einmal, Ja, okay, einmal mischt, einmal rausziehen. Ganz genau, einmal wieder grüßt kriegen. Die Jungs heute auch begonnen haben, die nur drei Zeiter der drei Spiele zweimal begonnen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.